Willst du Rocket Rite dahin machen? Eine Rakete, zwei Raketen hab ich noch. Du kannst ihn dann finishen. Äh, lass erst noch hier so was bauen. Dann steh ich rein. Und dann spring. So, ja genau. Ich hab nicht gebraucht. Sehr schlechtes Racketenhändler aller Zeiten. Gib mir, den ich Rocket Rite dich dahin. Jetzt war ich das beim First Try bei Tim geschafft. Das erste Mal bei Tim geschafft. Gib mir, den ich Rocket Rite dich habe. Alter, war das Scheiße. Ich hab eh keine Raketen mehr. Ich hab eh keine Raketen mehr.